Hallo zusammen, Eizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Exilgerüchte anzunehmen bei Klingenwache Kaja in Dazar Alor. An dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Nun darf ich folgen. Könnte auch vorausreiten vermutlich, aber wozu? Vielleicht mag jemand da was nachlesen. Dann ist das in dem Video festgehalten. Todesurteil. Ich werde nicht rumstehen und zusehen, wie Rakera vom Sand verschlungen wird. Wie ihr sehen könnt, sind auch in unseren Reihen noch ein paar, die das gleiche glauben. Und wie man gerade sieht, man hätte eh nicht vorauslaufen können oder sollen, weil sie erscheint erst nach dem ganzen Text bei dieser Position. Beziehungsweise sie erscheint nicht. Sie läuft einfach hier hin. Und davor ist die Quest nicht abzugeben. Die Quest ist abzugeben bei Klingenwache Kaja in Dazar Alor. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Hallo¡ Tschüss po